Ja, da sind wir wieder! Ja, hoffen wir, dass es diesmal gut geht. Ja, letztes Mal hatten wir ja so ein kleines Problemchen gehabt. Heidi hat eine Hand auf dem Kopf. Seit ihr gegen Sandruck noch schon wieder? Was kriegen wir denn? Outfit, lebensfreude Sandianzug. Brauchen wir sowas? Ja. Ich will aber lieber eine Minigun. Ja. So, Minigun. Cool. Was? Ach, ich sag hier, annehmen deines Auftrags und die geht in die Simulation. Auch gut. Viel erreicht. Ja, das soll ich jetzt nicht mitbekommen. Dadurch. Ja, und das System. Na gut. Na dann, ab. Der ist bei Gizmo. Das ist die Frage, äh, wo ist das Ding? Ähm, ah, da ganz hinten. Gut. Rechts oben. Ja. Ups. Eine Runde stampfen. Das war das. Das war das. Das war das. Das war das. Ja. Und am besten nicht zusammen rumrennen. Das schmälert nur. Ja, ja. Ich bleib hier auf der Straße. Ich muss erst mal eine neue Straße suchen. Oh, wie schön wenn er hier alles durchgehen fliegt. Rosa haben wir schon mal. Oh, hier ist ein Mass-Polizei jetzt. Das gibt gute Prole. Stopp! Weißt du so? Ups, entschuldigung. Weißt doch, ich bin sensibel. Also, stampf mal auf. Polizei! Sammelt euch! Okay. Ich hätte eben gesagt, TEN! Na, das gibt gleich Silber! Ja. Hallo, Fahrzeuge? Na, sowas nenne ich doch mal... ...eine schgute Explosion. Hey, du solltest... ...anlauf nehmen und dann stampfen. Ja. Na, das ist ne, ich schau mal... ...ordentliche... ...Gombis. das war der vandalismus du vandale was man alles nicht für waffen tut und flughafen hey ich habe ein justin bieber zum zerstören gefunden das war der falsche blaster passiert ein justin bieber weniger die stadt von ihm das hat ihn zwar auf der mann nicht gefallen als mir aber sowas von laut bisher unser neuer gegenspieler justin bieber hat die zero soul so schön nach nach herausgefunden das ist ein spalt das ist kein fragment du bist wirklich mit dem kleid einfach schneller als ich mit rennen ja wäre so schön mit einem riesen jump hier einfach hinzukommen du hast wieder ein paar sachen umgestoßen kann das sein nein ich bin durch eine unruhe schlug ich komme mitten in der luftschilden weg geworfen warum nicht oh gott ist die strecke kurz dass ich mir auch gerade sei froh mhm weißt du dass die strecken für die man sich gut verläuft ne yep ich jump fast einfach mal die ganze strecke durch ich eben sekunden das ist der hammer echt alter das gibt gerade höchst punkte höchst punkte blöde lkw jetzt mach tornado doch im musik tornado die fähigkeit tornado also ich muss nach jedem sprung mit dem super schub von vorne anfangen aber egal wir haben es kraft ja nach jedem sprung ist bei mir der super schub auf 0 und du bist du viel schneller natürlich ich habe einen hier auch und ich habe jedes mal noch die kugel noch für alle mit erwischt ja habe ich ja auch jung und weg bin ich weggeglitscht ja so renn durch was kommt als nächstes ach da oben sind nur fragmente meine mann ich befiege die zinn truppen ich glaube ich kann fliegen ich glaube ich kann fliegen ich würde es selbst tun aber du kannst es viel schneller ich würde es selbst tun aber du kannst es viel schneller ach ja ich fühle mich wie superman warum kannst du gleiten nein aber ich kann springen wie superman nein ich kann gleiten wie superman toll toll hm ach ich war gerade kurz ne grafik gefangen sch ja Klasse Und jetzt dürfen wir trotzdem noch mal Sitch äh jagen Wir jagen Sitch ooooh Hab ihn Nachweile Jetzt Okay Ja Wo läufst du hin Hm Überleben Mal gucken wer jetzt äh unser Gegner sein wird Was Unit Chief Welcome back to Super Power Fight Club Wer mehr das ist Wer mehr das ist Jo Und wir werden wieder nur Superkräfte Ich hätte gerne den Fire Blast Der ist bei mir am stärksten Ja Wenn man irgendwie gefangen ist Ja Toll Ach Fight Club ist irgendwie nichts für mich Ja 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 Ich bin der Hülle. Waffe 2, KING OF THE HILL! Ah, KING OF THE HILL. Yep. Wir haben eine Herausforderung zu dem Throne hier. Nimm nichts zu machen. Ouch. So, weg mit euch! They need to defend their spot! It's a bad idea to make me angry! Wave 2, complete! Wave 3, fight! Here comes the Genki Girls! Soll ich einen Schaden nehmen die Genki Girls denn? Hallo? Kann ich noch laufen? Guten Tag! Lass mich auch gleich wiederbeleben, so wie es aussieht. Ja. Schön, wenn der Papa grad nochmal vorbeikommt. Upsa! Lass mich schaden, die nehmen nur mit den Kugeln Schaden. Nein! Ich bin nur sehr hartnäckig. Ich hätte mir doch noch mal die Faustkraft holen sollen. Ich hätte mir doch noch mal die Faustkraft holen sollen. Okay. Okay. Who is 200G? Yep. Ich bin nur noch mal die Faustkraft. Ich bin nur noch mal die Faustkraft. Ich bin nur noch mal die Faustkraft. Oh mein Mann. So sag nicht. Na knapp! Ah, ist doch super. Ja. Ja, nur knapp an Gold vorbei. So, für eine Mission haben wir noch Zeit. Ja. Mal gucken, was jetzt kommt. Na, kommt da noch was? Ja. So, jetzt gehen wir. Jetzt hab ich's. Oh. Oh. Der Armas. Autsch. Voll erledigt. Der ist viel eliminiert. Schöne Wand. Hehehe. Hehehe. Na dann. Auf zur... Schiff. Stimmt. So. Ab rein da. Und auf. Schiff. 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 So, dann würde ich sagen, äh... Eingezahlt, ist fertig. So, stellen wir uns rechts und schauen die hin. Genau. Schön, dass man alle hintern sieht. Am Hintern? Gibt es alle von vorne? Ja, ich nicht, bei mir ist die Kamera so ein bisschen komisch eingestellt. Du musst nur mit der Maus drehen. Hm, dann habe ich mich nur noch im Blick. Hä? Ja? Bei mir sind es schon die auch schön zentral in der Mitte. Bei mir nicht. Ja, komisch. Na gut. Also, wir sehen uns dann nächste Woche. Schaut rein. Wir haben noch andere Let's Plays wie Minecraft, Far Cry. Blood Dragon, bitte, heißt das immer noch. Blood Dragon, okay, Far Cry. Blood Dragon, wir haben Twisted Dreams. Gianna Sisters. Ach, wenn sie Next Games Gianna Bros. das nennt. Ja, anders ist das. Fertig. Gianna Sisters, ja. Ja, wir hoffen, dass dann vielleicht wieder Arkham City läuft und Silent Hill 2. Mhm, jup. Und wir warten mal ab, wie lang Telltale braucht für Walking Dead. Dann läuft das auch weiter. Und was halt für allfühlt läuft ist, Alan Wake. Jo. Gut, dann sagen wir mal, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017